so hallo grüße ich hier zu einem neuen video von lassen sie es krachen und heute mache ich mit euch gemeinsam einen test ich habe es vorher noch nicht ausprobiert das heißt wir gehen sozusagen heute mal gemeinsam auf suche einer lösung für ein problem das ich habe und ich habe mir was überlegt und ich habe einfach gesagt jetzt machen wir jetzt mal ein video gleich fangen gleich an und wir testen gemeinsam auf dem schießstand ob das so funktioniert wie ich mir das hoffe doch hoffentlich vorstelle und zwar geht es darum ich habe oft kunden wenn ich schieße wo meine event schießt sei das schießen münchen die jetzt sage ich mal mit der pistole schießen hier mit meiner glock und die schießen halt absolutes kraut und rüben zusammen und da das jetzt sage ich mal event schießen ist und die erstmal spaß am schießen haben sollen und ich jetzt nicht die zeit habe manches naturtalente die gehen dahin und den erklärt man das einmal die setzen das um das funktioniert gibt es welche haben wir doch ein bisschen mehr angst vom schuss die tun sich schwer mit dem scharf stellenkimmel kommen und das ziel halt ist klar verschwommen aber irgendwie da zu treffen also die schießen gerade pistole mit kämmer und korn absolute scheiße zusammen muss man einfach sagen wie es ist die brauchen die ganze scheibe oder treffen teilweise nicht mehr die scheibe geht alles unter die scheibe drunter irgendwo hin also absolut furchtbar ja die alternative ist immer schnell gelöst ich nehme meine glock stecke die in den anschlagschaft rein in mein kapos und habe ich es gerade hier irgendwo wie ist es gerade das neue kapos das gott geht immer schnell zeigt nochmal fix für euch aufgeklappt die glock schnelle reingesetzt fertig dann kann der kunde damit schießen hat ein schönes rotpunkt visier man kann auch schön damit jetzt trifft er auf mit dem rotpunkt visier treffen alle also das sage ich immer wer auf zehn meter da nicht das schwarze trifft der macht zehn diegestütze sage ich immer so viel spaß und naja aber es fehlt halt jetzt irgendwie dieses pistolen feeling deswegen habe ich mir gesagt okay es muss doch irgendwie eine andere lösung geben damit die trotzdem sage ich mal irgendwie pistole schießen können aber eben irgendwie auch das ziel treffen die lösung hier ist natürlich meistens auch ein rotpunkt visier auf der glock es gibt ja ich habe schon mal video gemacht hier eine montage kann man hier auf die glock oben den red dot oben drauf bauen so aber es dauert also da muss ich erst die das kimmel die kimmel runter machen zum block da drauf setzen hin rum schrauben machen tun dauert ewig die zeit habe ich natürlich jetzt nicht wenn der kunde nicht trifft da ist erst lang rumzubasteln also dachte ich mir es muss doch eine andere schöne lösung geben und ich glaube vielleicht was gefunden zu haben und zwar brauchen wir dafür natürlich ein rotpunkt visier das haben wir jetzt hier den red dot habe ich im letzten video schon mal vorgestellt wollte ich auf die schmeißer machen so mit einem 45 grad rail den red dot und für die glock geht auf andere pistolen so ein aufsatz den stecken dann einfach hier vorn auf die glock drauf dann haben wir hier oben eine picatinny schiene die oben ist da setzen wir den red dot drauf und das war's und das schöne ist das geht mit einem klick das heißt innerhalb von einer sekunde in einer sekunde habe ich auf meiner glock ein red dot visier drauf und genauso schnell in einer sekunde habe ich dieses red dot auch wieder runter gebaut und das zeige ich euch jetzt mal gemeinsam schnell auf den tisch jetzt hier wir bauen das fix zusammen dann sieht man das schöner als wenn ihr so weit weg seid und dann gehen wir natürlich auf den schießstand und testen das auch mal ob das dann so funktioniert schnell rein runter drauf ab und dann gehen die auch dahin wo ich das gerne hätte so da haben wir alles jetzt hier auf den tisch und zwar fangen wir direkt erst mal hier damit an dass wir jetzt den red dot schnell hier oben drauf bauen im grunde wieder ganz simpel wir nehmen den red dot haben hier oben eine picatinny schiene drehen erst mal hier die schraube bisschen locker dass wir das hier so rüber schieben können so dann setzen wir das hier oben drauf jetzt ist einfach jetzt mal die mitte hier irgendwo hin hauptsache das ist erstmal hier irgendwie drauf ein bisschen weiter locker drehen so ist drauf schrauben wir das hier fest an der seite und das war's so für ein fest gut red dot ist drauf so und das war's im grunde schon was kommt jetzt wir haben hier vorn ihr seht schon hier so ein druckknopf und da bewegt sich da drin was weg und das fixiert an der waffe normalerweise ihr seht hin sind zwei löcher nämlich noch dran normalerweise das zeige ich euch jetzt mal ist hier noch so ein längerer bolzen dabei mit rechts und links einer schraube man soll nämlich normalerweise den bolzen hier raus schlagen und dann durch diesen ersetzen ich zeige euch das jetzt erstmal wir nehmen das teil schieben das jetzt hier vorne auf die schiene hier bei der glock einfach ja so hier von drauf so und jetzt merkt man schon das geht auch sehr straff drauf und das ist eigentlich schon das was ich nur will wir ziehen das jetzt hier drauf jetzt macht es gleich klick schiebt das hier rein es geht sehr straff zack so jetzt ist es drauf und das ist jetzt schon sehr stabil hier drauf und das ist eigentlich das was ich möchte ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr machen normalerweise müsste man wie gesagt diesen bolzen jetzt hier ausschlagen und dann das hier noch ein bisschen stückchen hoch biegen so in die position und durch diesen längeren ersetzen und mit den schrauben in beiden seiten fest drehen aber das dauert wieder ich muss den bolzen rausschlagen ich muss den anderen reinschieben die schraube fest drehen dauert mir zu lange ich will eigentlich nur das so wie es jetzt ist und da das sehr stabil ist muss ich sagen also man kann es hin und her bewegen ein bisschen es federt aber solange der beim schuss in seine ausgangsposition hier immer wieder so zurückkommt reicht mir das hoffentlich aber das werden wir jetzt testen wenn der kunde jetzt ziel dass es jetzt immer schon mittig ist ich schieße es so ein wie es jetzt ist er macht den schuss dann kann das nach dem schuss ein bisschen wackeln und babbeln aber danach ist es ja wieder so fest und dann macht er wieder den schuss bang und ich hoffe dass das so reicht und so haben wir jetzt einen schönen rotpunkt visier hier drauf hier vorne machen wir es ja an mit einem druckknopf und dann haben wir hier das dann leuchten haben wir gesagt noch in drei stufen können wir es dunkler machen oder vier und jetzt geht es wieder aus oder eben zwei sekunden gedrückt halten geht es aus also es ist richtig richtig geiler red dort hier ich hatte es im anderen video schon gesagt es gibt ja die anderen mit diesem licht sensor hier vorne da muss man die kappe drauf machen wenn es dunkel ist schaltet er sich ab und wenn ihr es abnimmt geht es sofort an problem ist ihr habt die kappe verloren der leuchtet permanent bis die batterie leer ist das ist hier schöner gelöst mit so dem druckknopf also das ist ein schöner red dort ich verlinke euch natürlich wie immer alles wieder in der video beschreibung da könnt ihr euch das dann angucken zur not bestellen ja und das war es mir ist es nicht und ich kann jetzt hier den knopf hier drücken und das einfach zack wieder abziehen nach vorn und dann habe ich es und wenn ich jetzt den kunden eben habe der schießt so mit der glock trifft einfach nicht schießt irgendeinen scheiß zusammen sage ich okay warte mal schnell bevor sich das jetzt ewig hin zieht und er will ja spaß am schießen haben und ich jetzt nicht die zeit habe ihm stundenlang zu erklären wie man es richtig macht weil es geht halt darum dass er erstmal spaß hat und das soll er auch haben deswegen sage ich okay pass auf jetzt mache ich das ding schnell drauf zack drauf ist es dann sage ich so jetzt hier mal das schöne ist man kann trotzdem weiterhin kimmer und korn verwenden ihr seht es hier und wenn das eben nicht klappt nimmt er eben um dann den red dot ja und irgendwie sieht das schon sehr science fiction aus für die zuschauer aus österreich ihr könnt weiterhin ihr seht hier ist immer noch eine schiene weiterhin auch hier unten drunter noch euren laser taschenlampe dran bauen und dann sieht das ding schon sehr spaßig aus aber ja finde ich eine ganz coole sache da würde ich sagen lasst uns doch mal auf dem schießstand fahren und mal testen ob das so funktioniert wir stellen den red dot jetzt mal ein und bauen ihn ab bauen ihn wieder drauf wechseln paar mal hin und her und gucken ob der auch wirklich da bleibt wohin soll wir schießen den jetzt auf zehn meter ein weil ich mit meinen kunden immer auf zehn meter schieße sonst treffen die gar nichts gibt wie gesagt naturtalente aber in der regel auf zehn meter deswegen stelle ich auch diesen red dot jetzt hier mal auf zehn meter ein ich habe wieder hier eine laserpatrone kann ich euch empfehlen jetzt hier in neuen millimeter vorher laserpatrone rein einstellen schon mal grob auf den laser dann sind wir zumindest mal grob im ziel und dann machen wir noch das fine tuning gut dann würde ich sagen fahren wir auf dem schießstand so ich bin am schießstand jetzt angekommen und habe es natürlich auch gleich jetzt schon mal getestet habe das wieder mit einer laserpatrone gemacht haben wir ja schon ein paar mal gehabt hier das thema laserpatronen und habe die jetzt hier reingesetzt zugemacht und direkt mal auf zehn meter den red dot eingestellt im gegensatz zu 100 meter hat man es ja schon das kann riesen unterschied machen auf zehn meter laserpatrone top habe es einmal eingestellt durchgeschaut mit dem schraubenzieher gedreht war da rechts hier ein bisschen weiter links perfekt mittig gewesen auf zehn meter jetzt geschossen perfekt alle reingegangen also wenn ich wie gesagt wieder mal einen kunden habe der mit kim und korn nicht klar kommt und nicht trifft dann einfach schnell dieses ding draufklicken und dann kann er mit dem rotpunkt wie sie schießen wollen wir natürlich mal testen ob das auch so funktioniert das heißt ich schieße jetzt hier mal im aufliegen ich mache das tatsache auch mal sitzen und wirklich mal das trefferbild zu sehen ist nicht im freien stehen wo ich mal zu gucken wie gut klappt das dann mache ich das ding ab mache es wieder drauf schließt auf den anderen und gucken wir mal ob das eine toleranz dann gibt weil wie gesagt es ist jetzt nur drauf gesteckt wie gesagt nicht der bolzen drin sondern einfach nur drauf gesteckt drauf geklickt mehr nicht und das ist wirklich in einer sekunde montiert und wir haben sofort einen red dot innerhalb von einer sekunde auf der glock und das wollen wir jetzt mal testen so also wir simulieren das beispiel jetzt war normale glock kimmel korn kunde jetzt bei mir in dem fall schießt und trifft einfach die scheibe ums verrecken nicht und jetzt kann ich einfach sagen okay pass auf drauf gesteckt probier es jetzt mal werden wir jetzt mal testen das ist leer magazin raus patronenlager leer ich ziehe es kurz ab stecke es wieder drauf und den einen schuss machen wir da rein und jetzt schieße ich auf den anderen punkt ich würde sagen das passt und wobei der erste sogar noch schlechter war ich habe ein bisschen was verwackelt gehabt und so keine ahnung jetzt hier drüben habe ich mir mal ein bisschen konzentrierter geschossen aber ein wunderbares streikreis obwohl ich es abgemacht drauf gemacht habe also auch wenn das jetzt hier nicht drin ist der bolzen hier einfach schnell drauf gesteckt für den kunden damit der hier irgendwie die scheibe trifft reicht das allemal aus und ich habe hier nichts eigentlich habe das nur einmal mit der laserpatrone eingestellt das hat sofort gepasst also kann ich euch definitiv empfehlen wie immer links findet ihr in der video beschreibung in dem sinne bleibt gesund und zuverlässig bis zum nächsten video macht's gut ciao ciao danke fürs anschauen wenn dir das video gefallen hat gebe uns doch bitte einen daumen nach oben und wenn du weitere videos von uns sehen möchtest kannst du direkt hier unter diesem video unseren kanal abonnieren und auch bei deinem smartphone unter dem video einfach auf abonnieren klicken und danach direkt auf benachrichtigung aktivieren dann wirst du immer einer der ersten sein der unsere neuen videos sieht